...ist der westfädischen Landeskirche. Er fährt so oft es geht mit dem Fahrrad ins Landeskirchenland. Natürlich schafft er nicht alle Termine mit dem Fahrrad. Doch Radfahren ist für ihn ein Vergnügen. Mit dem Rad steht man nicht im Stau. Man ist viel beweglicher und atmet noch frische Luft. Außerdem verworgt das Fahrrad keinen Sprit, stärkt aber die Wagen. Der Anbau von Pflanzen zur Energiegewinnung ist für ihn verantwortungslos, wenn Sprit auf den Feldern der Armen wächst. Deren Lebensmittel werden knapp und teuer. Als der Bus sagt, das darf nicht sein. Herr Bus, Herr Vollbus, kommen Sie bitte. Waren wir es auch wieder so? Wenn Sie jetzt hier irgendwie eine Ähnlichkeit feststellen, dann ist nie gewollt. Die beiden sind nämlich voran miteinander, Vater und Tochter. Das haben wir mit den Gemeinsamen eingeladen. Was hat das, was wir da eben gesehen haben, mit uns direkt zu tun? Wie können wir damit umgehen? Tja, wer essen gerne Fleisch hierzulande? Oder auch viel? Wir müssen uns klar machen, das Fleisch wächst nicht auf Bäumen. Es ist auch nicht einfach, dass es von unserem Vieh in dem Sinne stand, dass sie von Nahrungsmitteln ernährt werden, die hier angeboren wurden. Sie bekommen Kraftfutter eben aus Argentinien zum Beispiel. Wir fahren nach Argentinien und erleben genau dies aus den Feldern wächst. So ja, die Hälfte der Ungarn, die Ministerin Spallendürer genannt hat, sind Bauern in der Welt. Die Hälfte sind Bauern von ihrem Land vertrieben. Das andere ist unsere Mobilität. Ich habe damals in den 90er Jahren gern Biodiesel gefahren. Ich dachte, damit bist du ganz fortschrittlich. Ich war ja damals noch nicht ganz falsch, aber wenn das plötzlich im großen Stil so läuft, dass wir die Menschen ereignen, dass sie ihre Lebensmittel nicht mehr bekommen, gerade die Ärmsten, dann stimmt das nicht mehr. Also unser Lebensstil geht auf Kosten der Ärmsten, so einfach kann man was sagen. Und dies noch in Zeiten der Klimakatastrophe, wo der längst losgegangen ist, der Kampf vom Wasser und vom Boden weltweit. Das Wasser hat mich übrigens auch ganz kalt erwischt. Ich habe auch Biodiesel getankt und habe gedacht, boah, jetzt tue ich was richtig Gutes. Und als dann irgendwann die ersten Zusammenhänge klar wurden, also auch ganz normalen Menschen, solchen wie mehr, dann kriegen wir ein bisschen ein anderes Gefühl dabei. Und dann haben sie ja als Gräser eine Vorbildfunktion. Und das ist ja auch, ich glaube auch, dass das aus ihrem Herzen kommt. Also ich würde das spüren auch. Aber es ist ja natürlich auch eine Frage der Funktion. Das macht es ja schwierig, kann ich mir vorstellen, für die Familie. Nein. Also mal eben so mit Familie, so mit Donut oder Burger King. Klingt das? Haben wir nie gemacht, nein. Das gab es bei uns nicht. Weil er eine Haltung hat oder warum? Ja, mein Vater war und Mutter ganz genauso. Also das war von klein an uns klar. McDonalds ist etwas, wo wir nicht hingehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Und also ich muss sagen, bei mir hat das dazu geführt, dass ich bis heute, wenn ich mal reingehe, mit ganz, ganz schlichten Gewissen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht so ganz einfach war. Also mussten Sie mal was Anständiges, was ökologisches, links und drehtes und glückliches auf dem Haus beruht haben? Ich glaube, das haben meine Eltern ganz geschickt gemacht. Und zwar das nicht so bewusst. Also es wurde also nicht thematisiert. Nein, ich habe das ganz große Glück, dass meine Mutter ganz hervorragend kochen kann. Und von daher war das, was wir zu Hause gegessen haben und was wir mitbekommen haben, einfach lecker. Also gar kein Thema zu Hause, nur Vorleben, in Anführungszeichen, oder? Ich glaube nicht, dass wir immer so, dass man politisch, wie er gesagt hat, oder gesetzlich, sondern es ging einfach darum, dass diese Themen, Gerechtigkeit, Frieden, Gewahrung, der Schöpfung, das spielt bei uns eine Rolle. Da gingen die Gruppen aus und einigen Gemeinden aus und die Kinder bekamen es irgendwie unmittelbar mit. Da war der Kindergarten einbezogen, das war der Weilekonzept. Aber in den 80er Jahren, da die Friedensgruppe rausging, kamen die Umweltschützer, und dann sagten, wenn wir es nicht schaffen, oder wenn wir es schaffen, dann seid ihr immer noch dran, es auch zu schaffen, so rum. Das heißt, es sind Themen, die hängen zusammen. Und dann sind die Kinder groß geworden. Und hat nicht dazu geführt, glaube ich, dass wir dann ständig moralisch argumentiert mussten. Und so waren wir auch gar nicht gepolt. Es ging nur darum, dass man bestimmte Dinge von ausgeschlossen hat. Aber das macht es auch schwierig, auch in der Pubertät. Also, wo, wenn er immer der Gute ist, was gucken Sie denn dann vor? Ich meine, das sind ja so die Themen, die man halt wieder aufnimmt, um sich dann so abzugrenzen von den Eltern. Wie haben Sie das gemacht? Ach, ich glaube, da gibt es noch genug andere Themen, wo man sich dann abgrenzen kann. Mögen Sie eins dazu? Ich habe also die Uhrzeit, wann man nach Hause kommen muss. Solche Dinge. Also, da gab es eigentlich schon genug, wo wir uns auch ordentlich gefetzt haben. Aber solche Themen sind ja eigentlich keine politische Dinge. Das ist eher Einigkeit. Ja, das wird wirklich nicht in Frage gestellt. Das ist ja etwas, was natürlich schon wichtig ist zu thematisieren. Die Frage unseres Lebensstils. Und auch die Frage, so im Alltag. Also, eben kein Biotische Zahn. Ja, was machen wir denn da? In den Winterferden, für die Menschen, die gerne Skifahren. Also, ich habe schon gefragt, das ist verboten. Wie bringen Sie das überein? Sie fahren ja auch nicht immer noch Fahrrad, ne? Nee, aber ich kann doch wirklich gucken, welche Ökobilanz kommt dabei an uns. Wohin kannst du sinnvollerweise hinzusteigen? Ich wohne zur Zeit in Bielefeld. Die Dienstfahrt nach Düsseldorf, Berlin, Hannover, gibt es überhaupt keinen Sinn, mit dem Auto da hinzufahren. Und in Bielefeld, das Radfahren ist wirklich ein Vergnügen, weil du winken kannst so alle, die da im Stau stehen und weg bist und dann durch Landschaften fährst und auch halbwegs frische Luft genießen kannst. Also, das sind all so Dinge, wo man auch einfach schauen kann, was ist Vernehmensgewinn. Das ist doch nicht das, was wir mal verzichten nennen, das ist so Quatsch. Sondern einfach gucken, mit welchen Verkehrsmitteln kommst du gut rum und insgesamt darauf achten, dass du auch Autos fährst, dass du es verantworten kannst. Also, die... Zum Beispiel hat es die zwar im VW-Bus gewesentlichen, aber da sind auch meistens voll Leute, wir können dann in Konferenzen machen. Also, was kann man effektiv und effizient tun, das ist die Frage. Also, wenn wir ein bisschen Lust rangehen und auch gucken, eben aus Perspektive, was gewinne ich eigentlich dabei und auch mal schon gerade sein lassen oder wie machen Sie das? Ja, also, man kann da nicht gesetzlich mit umgehen und es gibt auch Sachen, die kannst du nicht anders regeln. Aber es hat uns als Bischöfen nun eigentlich ganz gut getan, dass da mal hingeguckt wurde, welche Dienstwagen fahren die da eigentlich alle. Und so manche Motorleistungen, da müsste man ja auch mal... Was soll das? Diese Flotte der Ahnung steht der Praktische Kirche überhaupt nicht. Sie hätte Richtung Land und Kommune? Sie hätte das so gut gemächtigt? Ich gucke mir meine Kollegen an, die in Hannover über uns treffen, bei der EKD. Da müssen wir mal einiges miteinander zu beraten. Ist das denn eigentlich eine ganz kurze Nachfrage Richtung Düsseldorf in diesem Falle, Landesregierung und Richtung Kommune? Wie ist das mit Ihrem Fuhrpark? Spielt das da eine Rolle? Vielleicht kommen Sie nochmal ganz kurz. Ein Satz nur, ganz kurz, Frau Schwalding. Wir haben schon geregelt, dass wir mit dem CO2-Ausstoß runter müssen in den kommenden Jahren. Das ist festgelegt, dass es immer noch ziemlich viel, weil wir in der Tat als Arbeitsfahrzeuge relativ große Autos fahren, aber eben nicht die größten und im nächsten Jahr muss es ein bisschen weniger sein. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie schnell man fährt und wie oft man fährt. Ich habe mir eine Wohnung in Düsseldorf genommen, damit ich eben nicht immer ins Münsterland fahre mit dem Auto und wo es geht, nehme ich den Zug. Ganz genau so. Sie haben genauso Belegenheit wie alle anderen hier nachher, um Ihren eigenen ökologischen Footprint, also den Fußabdruck, mal mal so nachzugucken, was Sie denn eigentlich hinterlassen. Sie müssen natürlich auch noch eins dazu sagen. Fahrrad oder doch Fußbaden? Also ich bin begeistert als Fahrrad, weil ich bin das alles, was es bloß gesagt hat. Ich bin auch für meine Reaktion mit dem Rad zur Arbeit. Ich habe lange Zeit jetzt im Dienstlein mit Gas gefahren. Jetzt haben wir das gerade umgeändert, weil wir ein Mobilitätskonzept aufgelegt haben, wo wir genau die Ökobilanz auch nochmal drin haben. Und damit ist das jetzt bei mir ein Diesel, aber auch nicht einer mit zu viel PS. Und wir sind dabei, jetzt auch noch Elektromobile zu beschaffen, um auch an der Ökobilanz da besser zu sein. Wir haben Pedalex beschafft, um so weiter zu sein. Wir gehen auch häufig zu Fuß und da ist es ganz schön, dass man dann mit den Menschen in der Stadt wunderbar ins Gespräch kommt. Ich komme nicht immer noch für meinen Doppelgänger, weil sie gar nicht glauben können, dass ich da vor Ihnen stehe. Also das ist wirklich ganz gut. Ganz genau, das ist nicht der Perspektivwechsel und das Positive, wie Herr Wurst das gerade eben gesagt hat. Ich danke Ihnen beiden sehr. Nehmen Sie das übrigens, was Sie so zu Hause mit aufgenommen haben, spiegelt sich das in Ihrem Leben auch wieder? In vielen Bereichen ja. Also ich war auch mit dem Fahrrad zur Arbeit und wir, mein Mann und ich haben ganz bewusst geguckt, dass wir uns jetzt ein Haus gekauft haben in der Stadt, weil wir beide mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, unsere Kinder sollen frühzeitig mitkriegen, was Lebensmittel wert sind, was es bedeutet. Also das haben wir uns schon vorgenommen, aber auch da alles nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ins Geht. Spaß muss es machen, aber ein bisschen kann die Einzelne schon tun. Ja, denke ich schon. Dankeschön. Sie beide können unter den Weg mit dem Bordchen. Der sieht ja traurig aus, aber das liegt an der Jagdzeit. Also das kommt früher wieder ins Reine. Ich gehe mal davon aus, dass ein guter Platz für ihn gefunden wird, sodass er auch ordentlich Sonne bekommt und nicht nur Erde an die Füße, denn je nachdem, wie man ihn behandelt, wird er natürlich auch wachsen. Dankeschön. Bis nächstes. Das Bäumchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.